In Polen gibt es am 15. Oktober eine Abstimmung, ein sogenanntes Referendum in Sachen Migrationspolitik. Das hat Kaczynski am Wochenende bekannt gegeben und auch Mateusz Morawiecki bestätigt. Und alle Infos gebe ich euch jetzt, um welche vier Fragen es sich handelt und was die genau für uns bedeuten. Los geht's! Ja, wir haben hier einen Tagesschau-Beitrag vom 11.8., auf dem ich mich berufe. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Berichte hier in den polnischen Medien. Und da wurde gesagt, Regierungspartei legt beim Anti-Deutschen-Kurs nach. Und das ist immer mal wieder recht interessant, was hier geschrieben wird. Und zwar, Polens Regierungspartei setzt schon lange auf deutschfeindliche Töne. Nun kündigt sie an, die Polen abstimmen zu lassen, ob sie den Ausverkauf staatlicher Unternehmen unterstützen. Und zielt damit zugleich auf Deutschland und Oppositionsführer Tusk. Zum offiziellen Auftakt des Wahlkampfs in Polen hat die nationalkonservative Regierungspartei PiS ihre anti-deutschen Töne verschärft. Gleichzeitig mit der Parlamentswahl am 15. Oktober sollten die Polen in einem Referendum über vier Fragen entscheiden, kündigte PiS-Chef Jaroslav Kaczynski in einem Videobeitrag an. Da muss man natürlich auch immer darauf achten, es gibt verschiedene Formen von Referenten. Und zwar gibt es hier das Konsulative. Das ist nur eine Befragung und wird gerne mal hin und wieder angewandt, um einfach zu sagen, Mensch, ihr könnt hier einfach mal abstimmen, aber es hat sowieso keinen Wert, was hinten rauskommt. Tatsächlich lautet die erste Frage, unterstützt du den Ausverkauf staatlicher Unternehmen? Das war ja schon im ersten Beitrag hier erwähnt. Ja, und dann ist jetzt meine Frage auch gleich an euch. Was würdet ihr denn abstimmen? Ja, das läuft natürlich am 15. Oktober geheim, wie die Wahl an sich auch. Mich würde natürlich mal eure Meinung interessieren. Kaczynski hat hier seine eigene Meinung schon gesagt. Und zwar, die Deutschen wollen Donald Tusk in Polen einbetten, um polnische Vermögenswerte zu privatisieren und zu veräußern. Das zitiere ich hier von Kaczynski. Das war in einem Beitrag von Polskia Radio so genannt. Am Sonntag kamen da noch zwei weitere Fragen raus. Und die vierte Frage soll jetzt am Montag, beziehungsweise im Laufe der Woche nachgelegt werden. Ich finde das schade, dass man nicht gleich alle präsentiert hat. Und zwar hier wieder ein Tagesschau-Beitrag. Polen setzt Referendum über EU-Asylkompromiss an. Und hier heißt es, die polnische Regierung will die Bürgerinnen und Bürger in einem Referendum über den Kompromiss für eine EU-Asylreform und eine verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen abstimmen lassen. Das war ja von der EU verpflichtend eingeführt worden. Wir gehen später nochmal darauf ein, was es da für Details gibt. Das Referendum soll am 15. Oktober gleichzeitig mit der Parlamentswahl stattfinden. Dies gab Ministerpräsidenten Matthäus Morawiecki in einem auf sozialen Medien verbreiteten Videoclip bekannt. Also das wurde am Freitag rausgehauen. Und das haben dann die Regierungsvertreter auf allen Plattformen gestreut. Und haben sich auch schon tatsächlich dazu geäußert. Auch die Opposition war hier mit dabei. Kommen wir zur zweiten Frage, die dann die Bürger beantworten können, die zur Wahl gehen. Und zwar ist das Thema Anhebung des Renteneintrittalters. Zurzeit ist das so, dass die Frauen regulär mit 60 in die Rente gehen und die Männer mit 65. Und da soll sehr wahrscheinlich die Schraube nach oben angedreht werden. Und dann hat man hier in dieser Abstimmung einfach die Möglichkeit, sehr wahrscheinlich zu sagen, bin ich dafür oder bin ich dagegen. Dann gibt es die dritte Frage und ich denke für die EU und auch für das Ausland ist das die zentrale wichtigste Frage. Ich weiß natürlich nicht, was bei Frage Nummer 4 noch nachgelegt wird. Aber die dritte Frage lautet, unterstützen Sie die Aufnahme von tausenden illegalen Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme? Da hat die EU ja schon lange mitgemacht und hat hier versucht, Sachen einzuführen. Wir schauen ganz kurz, um was es in diesem Mechanismus geht. Und nach jahrelangen Verhandlungen hatten sich die EU-Innenminister Anfang Juni auf eine Reform der Asylpolitik geeinigt. Polen und Ungarn waren dagegen. Dieses sieht vor, dass die Aufnahme von Flüchtlingen künftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein soll. Also wieder der Druck und jetzt folgt die Strafe. Pro Jahr sollen somit mindestens 30.000 Menschen umverteilt werden können. Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, können stattdessen Ausgleichszahlungen in Höhe von 20.000 Euro pro abgelehnter Person leisten. Das ist eine Hausnummer, 20.000 Euro. Das sind umgerechnet, ich schätze mal, so 90.000 Sorte pro abgelehnter Person. Das kann sich jeder selbst ausrechnen. Dagegen wehren sich Polen und Ungarn. Die Regierung in Warschau fordert, dass jedes EU-Land selbst darüber entscheiden sollte, wie es Länder mit besonders hohen Migrationszahlen unterstützt. Man kennt das ja auch aus den letzten Jahren, dass hier sehr oft mit Strafandrohung oder mit Geldzurückhaltung auch gedroht wird. Wenn man die Sachen in der Regierung nicht umsetzt und wenn man sich anschaut, wie viele Flüchtlinge Polen in der Zwischenzeit auch aus der Ukraine aufgenommen hat, ist das schon mitunter eine Farce. Wenn ich sehe hier, wie hier jetzt noch nachgelegt wird. Dann kommt natürlich noch ein Tritt nach, Vorwurf, PiS auf Stimmen fangen. Also würden das die anderen nicht machen, wenn sie sich in einem Wahljahr befinden. Dann heißt es, die national-konservative Regierungspartei PiS ist wegen hoher Inflation eines strengen Abtreibungsrechts und diverser Skandale um Vetternwirtschaft unter Druck. Ja, das ist richtig, aber tatsächlich darf sich da insbesondere bezüglich Inflation und der Vetternwirtschaft Deutschland nicht auf ein hohes Ross setzen, sondern lieber mal vielleicht so ein bisschen unter einer Decke gehen. Und dann wird weiter gesagt, vor diesem Hintergrund hatte der Parteichef und stellvertretende Regierungschef Jaroslaw Kaczynski bereits im Juni die Idee eines Referendums parallel zur Wahl ins Spiel gebracht. Ja, das ist natürlich wieder eine Sache mit Zucker, Brot und Peitsche. Die Wahlgeschenke werden ja überall auf der Welt, besonders auch in Deutschland, vorher präsentiert und dann tatsächlich danach nicht ausgeführt. Das habe ich sehr oft erlebt, habe ich auch schon erwähnt in Sachen Familienpolitik, Kindergeld etc. Hier wurde das jetzt auch von der Regierung angehoben und zwar ab dem Jahr 2024. Das 500 plus wird aufgestockt auf 800. Ob das natürlich jetzt einen Sinn macht oder ob das jetzt wirklich was bringt, das hatten viele auch schon in den Kommentaren unter diesem Video geschrieben. Und das sind auch sehr gute Ansätze, denn wenn das alles künstlich hochgetrieben wird und man füttert dann die Leute mit Sozialgeschenken, was das natürlich ist, das tragen alle Steuerzahler, dann muss man sich fragen, ob das wirklich noch Sinn macht oder ob das in dem Sinn auch zielführend ist. Die vierte Frage ist hier noch offen. Die steht noch nicht fest und da bin ich ganz gespannt drauf, was das für eine sein wird. Ich werde euch vielleicht in einem kurzen Short das mitteilen oder in einem Community-Beitrag. Und ja, schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare, was ihr bei Frage 1 bis 3 antworten würdet oder was ihr davon haltet oder generell eure Meinung. Die interessiert mich. Dann verlinke ich jetzt nochmal mein Video zum Thema Kindergelderhöhung in Polen in der Ecke. Ich freue mich über einen Daumen hoch und über neue Abonnenten. Bis dann. Dovizemia.